Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 3. Jetzt fliegen wir zur Citadel. Jetzt haben wir ja hier auf Noveria alles erledigt. Die Cerberus Geschichte. Den Treibstoff habe ich auch. So, jetzt geht es los und dann treffen wir bei den salarianischen Herrinnen. Ich weiß es gar nicht, ob es nur eine Frau ist. Ich kann das bei den Salarianern irgendwie nicht erkennen. Aber egal. So, los geht die Willfahrt. Allianz-Kontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Allianz-Kontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zu Bucht 14, Zakaria-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Ach Gott, die werdet ihr nicht bekommen. Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Ja, stellen Sie durch. Shepard, die Citadel wird angegriffen. Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Außer Gefahr? Nein. Ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen und bin jetzt bei einer Ladenfront auf dem Präsidium. Hat er es schließlich geschafft? Wir wurden getrennt. Sie sagte, sie müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker. Nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Zu Befehl, Commander. Gut, ich hatte jetzt gerade Garrus und Ely. Jetzt nehme ich mal James und Liara mit. So, warte mal. Der kriegt jetzt auch noch mal hier kurz. Ja. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann, ey. Scheiße, verdammte. Was bilden sich diese Zerbrus-Spinner eigentlich ein? So, wo... So, warte mal. Ich gehe jetzt erstmal hier rum. So, mal gucken, ob es hier vielleicht irgendetwas gibt zum Einzacken. So, war es das jetzt schon oder was? So, bevor ich jetzt aber hier mit Bailey rede, will ich erstmal gucken, ob es hier irgendetwas gibt, was ich einsacken kann. Dann hinterher weiß ich nicht, ob ich da noch die Möglichkeit zu habe. Ja, 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 jammer nicht rum, Alter. Du feuchtes Handtuch. Gut. Dann reden wir über ihn. Ja, 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 ich komme ja schon. Herrgott, nun machen wir keinen Sinn hier. Shepard? Ich habe gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bailey? Was machen Sie denn hier? Ich versuche verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Ist die Lage überall so? Leben die Ratsmitglieder überhaupt noch? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drinnen Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür, wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. So. Der C-Sicherheit-Netzwerk-Zugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf. Sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherrin Eschiel. Sie soll sich hier mit dem Executor treffen. Dieser Schritt fordert Vergeltung. Das ist eine Untertreibung. Wenn sie da drin ist, hat sie Ärger. Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Das Ratsmitglied weiß bestimmt mehr, auch wenn uns das wenig hilft. Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Das Büro des Executors lässt sich verteidigen. Vielleicht hat sie sich bei dem Gefecht dort versteckt. Bin dran. Sekunde. Okay. Verbindung über Universalwerkzeug. Los. Gut, aber jetzt... Haben Sie das alles gehört? Ja. Ich nähere mich dem Gebäude. Aber das Rennen fällt mir schwer. Ich versuche zu Ihnen zu stoßen. Ah, das ist wegen deiner Krankheit. Gut, hier ist nichts mehr. Ach, das war jetzt zu einfach, ne? So, Granate. Granate. Oh, das war jetzt langweilig. James' Granate hat ja gleich beide erledigt. Es macht immer wieder Spaß, diesen Typen da durch den Verteidigungs- durch den Schlitz vom Schilder durchzuschießen. Durch den Spalter. Oh, das war jetzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. Den Herz am Hinterkopf erwischt. Insiderjob. Genau wie auf dem Mars. Cerberus steht auf Schläferagenten. Verschlüsselte Notfallmeldung von Commander Bailey an alle Officer Cerberus-Angriff im Gang. Allemann auf den Posten. So, warte mal. Alles klar, dann. Leute, hier steht bitte nicht im Weg rum. Oh, das soll ich jetzt bald nicht mehr sehen. So, dann gehen wir erstmal durch die Tür hier durch. Die Sicherheits-Türen wurden zu ihrem eigenen Schutz abgeriegelt. Ach, Hotel. Die Sicherheits-Türen wurden zu ihrem eigenen Schutz abgeriegelt. Oh. Entschuldigung, James. Das wollte ich jetzt nicht. Schieße ich auf meine eigene Leute. Das passiert aber immer wieder. So, Mann. So, bevor ich da jetzt durchgehe, die Fahrstuhltür, das war jetzt die hier jetzt, ne? Aber da war ich gerade noch eine andere Tür. Da. Sie sind einfach von Raum zu Raum gegangen, nicht wahr? Ach so, das war's ja schon. Und das soll jetzt so Toiletten sein. Und jetzt, ich muss mir mal vorstellen, man kommt hier rein und dann sitzt hier irgendeiner und macht gerade so ein Geschäft und alle können zugucken. Na super. So, warte mal. Da war doch jetzt eben gerade noch irgendwo so ein Tisch. So, die macht es, die ist etwas schwerer, hat mehr Kapazität. Aber die Präzision und der Schaden, das ist unumrottig, ne? Ja, nö. Nö. Oh, ne, was hab ich denn jetzt hier? Da hab ich jetzt einen Fehler gemacht. Gut, dann mal rein in die Fahrstuhl, ja? Gibt es da drin Überlebende? Bisher nicht. Verdammt, suchen Sie weiter. So viele Opfer. Aber sie haben sich nicht geopfert. Sie wurden geopfert. Zugang vermeigert. Gut, die Tür muss man sich mal merken. Ach so, ja, kommen wir jetzt. Ach, Kacke. Gut, das haben wir hier. Ey, ey, da wird geschossen. Jetzt fahrt das eben gerade. Ah ja, jetzt zieht ihr hier auf. Wunderbar. Wollen wir da mal reingucken? Was haben wir denn hier so alles? Von Sergeant Oriah Shaw und Captain Iannomao habe bla 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 aus der Atterratenkammer rausgebracht, damit sie sich selbst überzeugen können. Wir haben den Mistkerl erwischt, als er sie in einem der Wartezimmer von Turm 110 zusammengebaut hat. Er hat alles in Einzelteilen am Detektor vorbeigeschmuggelt. Metallröhre in einem ausgehöhlten Universalwerkzeug, E-Zero in einer dieser Cision-Zahnbürsten. Der Rest war aus Plastik oder Keramik. Er hatte kein Gangtattoo und trug eine Sportjacke wie die meisten männlichen Angestellten von Turm 110. Sein Ausweis war gefälscht, sein Lebenslauf reicht zurück bis zur Aufstellung seiner Mietkarte, aber da folgt es nichts. Das ist alles andere als ein Zufall. Der Mann ist ein professioneller Attentäter. Und er ist nicht allein. Überall auf der Station werden Talons geschmuggelt. Die Patrouillen wissen es. Die vom organisierten Verbrechen wissen es. Alle wissen es. Aber wenn man den Major darauf anspricht, läuft man gegen eine Wand aus Stahl. Wo sind die internen Ermittler, wenn man sie mal braucht? Warum wird der Zoll nicht gründlich untersucht? Wenn wir hier in L.A. oder Hongkong wären, käme man mit dieser Masche nicht durch. Der Major sagt, wegen einem Irren mit einer Pistole geht er nicht gegen gute Polizisten vor. Aber es ist nicht bloß einer. Fragen Sie den Executor folgendes. Wenn wir so jemanden festnehmen, was entgeht uns dann wohl alles? Gut. Dann gehen wir mal weiter. War das wirklich nötig? Und weg. Wir müssten jetzt ganz in der Nähe sein. Sieht aus, als wäre der Kampf vorbei. Und erledigt. Ah, jetzt schieß ich schon wieder auf James. Ich vollfass. So, Moment mal. Ich wollte mir ganz kurz noch was anderes hier mal kurz gucken. Also hier war ja nichts. Geh gut. Auf in die Schlacht. So, hier ist jetzt nichts mehr. Außer ein paar Leichen. Gut, das haben wir jetzt hier noch. Hier gibt es eine Treppe nach oben. Die gucken uns gleich an. Oh, da ist auch eine Mod oder sowas. Da durch die Tür hier unten komme ich noch nicht durch. Da ist sie ja. Ich habe sie gefunden. Anscheinend unverletzt. Bringen Sie sie in Sicherheit. Oh Gott. Denken Sie nicht mal dran. Schöpferd, der wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Udina plant einen Putsch. Die anderen Ratsmitglieder laufen direkt in eine Falle. Drei gegen einen. Es ist vorbei. Nein. Jetzt macht es erst richtig Spaß. Drei. 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 also wäre seine topform und zu seiner besten zeit wird er mit dem typen boden auffischen das wäre niemals passiert wenn er im topform wäre oh gott der wird bestimmt sterben ich habe noch zeit schnappen sie ihn was geht da oben vor fain braucht schnellstens medizinische hilfe und ich muss mich um einen attentäter kümmern der ist vermutlich hinter dem rest des rats her machen sie publik dass udina die macht an sich reißen will ich muss zu den ratsherren sie werden zu einem schattelplatz auf dem präsidium gebracht ich werde versuchen sie zu erreichen ich habe die position des rats ich sende sie an ihren wagen gute arbeit wir sind fast da nicht ja schon wieder ein Das war's. oh verdammt das wird kein gutes ende nehmen ihr wagen angehalten ich bin jetzt zu fuß unterwegs konnten sie den rat erreichen negativ die wachen sind tot aber wir empfangen noch lebenszeichen von den transpondern des rats wohin sind sie unterwegs zum schalterplatz über schalmer plaza und den heißt bei ihnen wenn unterwegs so da wollen wir trotzdem mal hier gründlich umschauen denn ich habe keine lust irgendwas über sie so So, weiter geht's. Oh, ich hasse das für die Typen. Echt, ey. Ich hasse diese Typen. Sie haben uns ausgesperrt. So, ich geh mal ganz stark davon aus, dass ich jetzt hier entlang muss. Oh. 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 In einem Fahrstuhl. Sie versuchen zum Shuttle-Dock zu kommen. Jemand folgt Ihnen. Jemand mit einem Schwert? Na toll. Ich hab ne Mitfahrgelegenheit für Sie, Shepard. Nehmen Sie einen Fahrstuhl. Oh. Gut. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Das ist wohl der hier oben, ne? Oder geht's hier unten irgendwie weiter? Nein. Gut. Dann machen wir mal hier weiter. Okay, ich bin im Schaft. Festhalten. Das wird eine schnelle Fahrt. So, wie mach ich das denn jetzt hier? Fahrstuhl ist raus. Sagen Sie mir, dass der Attentäter den Rat noch nicht erreicht hat. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön. Ich hab unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist darunter. Jetzt geht's abwärts. Achtung, Phantome. Wo? Fuck, wo? Das war wohl Ihre Haltestelle. Shepard, schlechte Nachrichten. Gibt's denn auch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Er ist auf dem Weg nach oben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Na, super. Ich fülle mich darum. Nicht zum wieder. Wo? Was? Wo, 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 wo? Oh, tschüss. alles klar ach du scheiße schießt sie auch noch auf mich ohne zu wissen dass ich es los es hat das shuttle getroffen alle zurück zum fahrstuhl scheppert scheppert blockiert uns er gehört zu serverus udina ich kläre das scheppert waffen weg ich bin wegen udina hier sie können sich raushalten nein nur ich bin noch übrig es ist keine zeit zum verhandeln sie wurden alle getäuscht udina steckt dahinter der salarianische ratsherr hat es bestätigt dafür haben sie keine beweise wie üblich im fahrstuhl schacht hinter uns sind serverus soldaten die sie alle erschießen sobald sie die tür öffnen was scheppert sagt ist unwahrscheinlich aber möglich für debatten ist keine zeit mehr ich deaktiviere das schloss zurück scheppert ich will das nicht tun aber ich werde es tun natürlich der einsatz ist zu hoch vertrauen sie mir ich bin auf ihrer seite aber sie müssen mir glauben so wie früher vielleicht sollte ich sie noch nicht aufgeben also gut skipper udina weg da von der konsole zum teufel damit halt den rad zurückholen und die tür sichern die tür schweiz schneller ging's nicht scheppert anscheinend haben sie bereits alles im griff es stimmt also wir waren in gefahr aber ich verstehe nicht sie sagten serverus sei hier serverus war hier aber sie sind in die keeper tunnel geflohen als sie gemerkt haben dass wir kommen tut mir leid ratsherrin ganz offen scheppert hat sie gerade alle gerettet dann schulde ich ihnen etwas scheppert für unser leben und für das abkommen mit dem primarschen und den proganern das ich nie hinbekommen habe sie schulden mir gar nichts in zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten scheppert haben sie eine ahnung was serverus damit bezweckt hat ganz ehrlich aber ich finde es raus sagt die wichtigsten personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen tunnel und eine million andere orte sichern bewegung so hallo naja jetzt ist es verlief nicht nach plan der rat kontrolliert die citadel noch und udina ist tot udina war entbehrlich und was jetzt es laufen schon andere pläne ich informiere sie bei ihrer rückkehr es überrascht mich dass scheppert die oberhand behalten hat kommt nicht wieder vor mal sehen wir haben jeden zentimeter dieser tunnel durchsucht scheppert ihr serverus kumpel ist nur schall und rauch das sind aber doch tunnel oder ein ausgang ein eingang nein der keeper tunnel von der fahrstuhllobby führt in die außenstruktur und da drin ist es wie in einem ameisenbau wir können ihn nicht mal identifizieren er hat eine vi ins citadel system eingespeist die alle aufnahmen von ihm löscht er hat wohl nicht darauf vertraut dass udinas plan aufgeht übrigens ihr freund fein ist im huerta krankenhaus und muss operiert werden es gibt wohl komplikationen wird er es denn schaffen sie haben anscheinend auf das citadel nicht viel drill blut ich habe sein sohn collard verständigt die blutgruppe passt aber ich weiß nicht ob er rechtzeitig da war der weg zum krankenhaus dürfte sicher vor serverus sein wenn sie ihn sehen wollen dann besser jetzt bin unterwegs oh und der salarianische ratsherr sagt er sei ein held naja vielleicht macht es das leichter für ihn gut und seit dem serverus angriff haben wir unmenge von arbeit es macht uns wirklich zu schaffen dass udina zusammen mit serverus den rat ermorden wollte es sind dunkle zeiten für uns alle ich dachte sie wären im krankenhaus solange ich atme arbeite ich das war bislang meine schlimmste verwundung aber sie passt zum zustand der galaxie serverus täuscht sich wenn sie glauben dass mich ein paar kugeln aus dem spiel nehmen haben sie bei ihrer arbeit für udina nie verdacht geschöpft komisch kann man mir schon vor das verräter schwein hat mich sicher für einen idioten gehalten leider nicht ganz zu unrecht er ist tot und sie sind noch da bailey das verdanke ich ihnen ohne sie würden udina und serverus jetzt auf meinem grab tanzen kann die station verteidigt werden die interne sicherheit wurde wieder hergestellt aber wir haben gefährlich wenig männer wir verhören unsere eigenen leute um rauszufinden ob udina allein war aber das dauert ich würde sagen wir sind zwar noch angreifbar machen aber fortschritte so ich glaube hier die beiden familie und der krieg hatte ich glaube ich schon haben sie irgendwas von ihrer familie gehört nein nicht dabei wollte ich meiner ex frau unbedingt noch einiges sagen und meine kinder auf der erde ich wollte sie besuchen der erste urlaub seit jahren musste wegen der beförderung jedoch absagen nicht die hoffnung aufgeben nicht die hoffnung aufgeben sie sagen dies sei der letzte krieg von allen bisher spricht nichts gegen diese sichtweise keine zeit zum ausruhen viel glück bailey ja für sie auch shepard gut dann mache ich jetzt hier einen cut ich bedanke mich für das zuschauen und wenn es euch gefallen hat lasst ein Dornchen da lasst ein Abo da und seid das nächste mal wieder dabei bis bald bis bald bis bald